Unsere Welt befindet sich in einem stetigen Wandel und als Bewohner dieses Planeten sind wir alle gemeinsam von diesen tiefgreifenden Veränderungen betroffen. Wir bei Covestro treten daher die Herausforderung an, angesichts der wachsenden Weltbevölkerung, begrenzter natürlicher Ressourcen und der Herausforderungen des Klimawandels die Grenzen des Möglichen zu verschieben und mit unserem Tool Tag für Tag die Lebensqualität und Grundlage von Millionen von Menschen zu verbessern. Seit vielen Jahren ist das Prinzip People, Planet, Profit der Grundpfeiler unseres Handelns. Deswegen prüfen wir jede wirtschaftliche Entscheidung eingehend auf mögliche nachteilige Effekte für die Umwelt oder unsere Mitmenschen. Diese Denkweise ist gleichzeitig der Türöffner für viele Innovationen. Wie zum Beispiel eine einzigartige Technologie, mit der wir CO2 nicht in die Atmosphäre ausstoßen, sondern in einen Rohstoff für unsere Kunststoffe umwandeln, der anschließend in zahlreichen Produkten vom Schaumstoff für Matratzen bis zu Fasern in Sportbekleidung fossile Rohstoffe ersetzen kann. Nachhaltigkeit ist auch unsere Prämisse im Miteinander bei Covestro. Vielfalt, Chancengleichheit, Respekt und Verantwortungsbewusstsein kennzeichnen den Umgang mit allen Menschen, mit denen wir in Kontakt stehen, egal ob es sich um Lieferanten, Kunden, Nachbarn, Behörden oder Unternehmen handelt. Egal ob Sie also davon getrieben sind, Prozesse und Produktionsbetriebe so energieeffizient und sicher wie möglich zu gestalten, ob Sie eine Idee haben, wie wir den Megatrends unserer Zeit begegnen können oder ob Sie ganz einfach Teil einer Kultur sein möchten, in der Nachhaltigkeit fester Teil des Selbstverständnisses ist. Als Mensch, der die Welt zu einem besseren Ort machen möchte, sind Sie bei Covestro gut aufgehoben. Und wir freuen uns auf Sie!